Opa Hans hat Bauchschmerzen. Oma Ruth schickt ihn zum Arzt. Nach seiner Rückkehr fragt sie, und was hat der Arzt gesagt? Opa Hans antwortet, er hat mir Zäpfchen gegeben, die soll ich rektal einnehmen. Weißt du, was das heißt? Oma Ruth erwidert, keine Ahnung, geh am besten noch mal hin und frag. Wieder kommt Opa Hans zurück, wieder fragt Oma Ruth, na was hat er jetzt gesagt? Opa Hans etwas ratlos, jetzt hieß es, ich soll sie anal einnehmen. Was soll das denn schon wieder? Oma Ruth sagt, am besten rufst du ihn noch mal an. Gleich nachdem er aufgelegt hat, kommt Opa Hans aufgeregt in die Küche. Na, was bist du denn so aufgeregt? Darauf Opa Hans, ich glaube, er ist jetzt sauer. Er hat gebrüllt, ich soll sie mir in den Arsch schieben. Ach! Applaus Vielen Dank.